Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Sie berauben mich meiner Freiheit mit einem Kessel! Wer fängt denn hier an, der wir im Einsatz hat? Ich stand hier nur auf dem Bürgersteig! Sie berauben mich meiner Freiheit mit einem Kessel! Merken Sie das nicht? Ich will jetzt hier raus... Ja... Ich möchte jetzt in fünf Minuten hier raus, sonst erster die Strafanzeige gegen Freia zu erbrauchen. Ja, genau. Fünf Minuten. Erste... 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 Wie fängt denn da an mit der Eskalation? Sie sind der Einsatzleiter hier? Würden Sie den bitte verhandeln, weil Sie hier ganz gerne jetzt mal rausgehen wollen? Und Ihre Kollegen, lasst mich. Ich entscheide selber, wo ich stehe und wo ich stehe. Ist das klar? Ist das klar? Ja, Sie bleiben. Ach ja. So, dann möchte ich jetzt auf der Stelle den Einsatzleiter hier. Und zwar sofort. Ja? In der Ruhe nicht. Dann gehen Sie doch einfach. Dann ist automatisch wiederholen. Ja, so wollen wir nicht mal hier. Wir können uns ja auch anschauen. Aber mit einer politischen Person. Wie ist das? WievregionDonald City. Duvereigion, wirounces dich aufs Dunt. Ich hab den Zentren sowieso! Ich hab den Zentren sowieso! Auf geht's euch! Ich hab den Zentren sowieso! Stieb der Freizeit und die Kommission Neulabesetzen sowieso Taktik, Hamburg, hast die Polizei! Ganz Hamburg, hast die Polizei! Jetzt hör doch mal auf mit diesen provokanten Moten hier! Kein Gott, kein Staat, kein Liebster! Für die Antworten, ich möchte Sie bitte einmal beim Polizeiführer melden. Dieser steht direkt vor dem Wasserwerfer hier. Der Versammlungsleiter, Sie bitte umgehen beim Polizeiführer melden. Der Polizeiführer hat die Auflage erteilt, dass Ihre Versammlung etwa 100 Meter weiter Richtung Stadt einwärts an der Kreuzung Horner Landstraße, Horner Brückenstraße auf dem Geweg abzuhalten ist. Ich wiederhole, Sie haben die Auflage erhalten, Ihre Versammlung Horner Landstraße, Horner Brückenstraße auf dem Geweg abzuhalten. Ihr Versammlungsleiter hat diese Versammlung für beendet erklärt. Somit haben Sie als ehemalige Versammlungsteilnehmer die Pflicht, sich von diesem Versammlungsort zu entfernen und dieses in Rechnung statt einwärts in Kleinstruppen. Und provozieren Sie keine weiteren polizeilichen Maßnahmen. Wer wirst du eigentlich? Komm mal raus da! Das Versammlungsrecht hat nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten und diese Pflicht besteht darin, sich als ehemaliger Versammlungsteilnehmer zu entfernen. Ich bin kein Teilnehmer! Ich stehe hier als Einzelperson! Wo? Ich auch! Ich geh nicht ins Portell! Ich geh in den Stall! Das ist die Sicherheitsstür! Alle haben eingebaut! Das ist Nachbestätigung! Wisst ihr, wie schwierig das war, das zu tun zu machen?! Was denn Zenka ist, Renke?! Ich weiß! Ja, das weiß er doch. Ich erneut Ihre Hamburger Polizei. Übertreiben Sie es nicht. Sie haben als ehemalige Versammlungsteilnehmer die Pflicht, sich zu entfernen. Sollten Sie dieser Verpflichtung nicht nachkommen, werden polizeiliche Maßnahmen, Schwanzmittel und auch der Einsatz des Wasserwerfers gegen die Möglichkeit sein. Kommen Sie also dieser Aufforderung, dieser Verpflichtung nach und sprechen Sie ein bisschen lauter, dann können Sie sich auch hören. Ja, kommen Sie dieser Verpflichtung nach und entfernen Sie sich auf den E-Wing in Richtung Innenstadt und unterlassen Sie es Polizeikräfte anzugehen. Lassen Sie sich überschlafen. Ich weiß ja nicht, Polizeikräfte. Wo ist der? Die Zeitpunkt ist schnell. Nur noch einmal die Aufforderung an die ehemaligen Versammlungsteilnehmer. Entlassen Sie sich jetzt freiwillig, ansonsten wird unmittelbar durch Polizeikräfte geräumt. Das ist schön. Spür. Wo ist das denn? Du wirst ja auch dafür offen sehen. Wo ist das denn? Das ist so. Sie steht am Karten drauf. Sie steht an der Stelle. Sie steht auf der Stelle. Sie ist GRRR. Die Tür ist gerade auf. Das ist klar, dass jeder Deutsche sich unter freiem Himmel versammeln darf, ohne vorher irgendeine Bestätigung, Genehmigung oder irgendwo beantragen muss. Bitte heißt das. Wird hier die Presse auch nicht mehr durchgelassen? Nein, wird auch nicht durchgelassen. Wie kann das sein? Ja, halten sich nicht an ihre Vorschriften eventuell. Ja, aber die Presse muss doch in Deutschland durchgelassen werden, oder? Wurde ich auch dort hinten, aber die Herren scheinen sich wohl mit dem Gesetz nicht richtig auszukennen. Ich glaube, das ist alles gespeichert, weil die Verwanderung war offensichtlich noch an. Es wurden weder welche Reihen noch rausgelassen. Unbeteiligte eingesperrt, keine Menschen mehr auf die Straße gelassen, die Straße abgesperrt. Die Polizei ist auch nicht auf unsere Forderung eingegangen. Sie wollten ein deeskalierendes Verhalten generieren. Jedoch sind sie mit ihrer Polizeikette ganz schön aggressiv vorgegangen. Und wir haben halt die Bedingungen gestellt, als Anmelder der Grundgebung, der Demonstration, dass auf jeden Fall da Entspannung stattfinden soll. Das wurde auch von der Polizei gesagt, dass eigentlich alles entspannt ablaufen soll. Jedoch haben die auf jeden Fall mit der Provokation angefangen. Wir sind Freiheitskämpfe. Häuser zu besetzen, öffentliche Plätze zu besetzen. Demonstrieren gegen den Mietenwahnsinn. Einfach den Menschen wieder das zurückzuholen, was ihnen eigentlich schon links gehört. Entweder leerstehende Häuser, das ist Verbrechen, eine Villa irgendwie 10, 15 Jahre lang leerstehen zu lassen. Und sie einfach auch nicht zu nutzen, obwohl sie im staatlichen Besitz ist, durch die Sage GBG. Es geht darum, einfach wieder einen Freiraum für politische Bildung zu erkämpfen. Freiraum für Menschen, aktiv am System zu arbeiten, um es auch zu verändern. Da kommt die Nächste! Das ist auch im Vordergrund zu rufen. Ich brauche nicht gewalttätig sein. Und genau das aber auch für die Polizisten. Also grundsätzlich für jedermann zu sagen, ich bin verantwortlich für mein Handeln. Die Demonstration wurde dann irgendwann von mir aufgelöst, da die Provokation einfach von der Polizei zu hoch war und ich das für die Sicherheit der Menschen nicht verantworten konnte, dass dort weitere Verletzte aufkommen. Es wurden auch schon offiziell fünf Leute verletzt. Bei diesem Einpreschen in die Menge. Wie viele Leute sind jetzt raus? Bis jetzt sind zwei raus. Ich höre jetzt gerade, drüben wird noch viel gerufen. Also ihr habt die Versammlung ja aufgelöst. Es stehen noch welche drüben jetzt? Ja, noch, es ist ja so, die Versammlung wird aufgelöst, aber es bleibt eben ja offen, ob er sich irgendwo aufhält. Die Polizei hat uns massiv dazu gedrängt, den Platz hier zu verlassen. Ich finde es eigentlich nur erschreckend, wie Artikel 8 Grundgesetz aus der Kraft gesetzt wird. Wir wissen alle, wie wir heißen. Wir versuchen rein. Vorsicht, das Schild ist gefährlich. Finde das mit. Einfach mal unter Grundgesetz lesen und die einzelnen Gesetze mal befolgen, die da dann vereinbart werden. Ja, aber in Zeitpolizei-Achtung nicht. Oder vergessen. Wir bezahlen eure Gelder. Und es wäre doch mal schön, wenn ihr unsere Verfassung auch mal einhalten würdet. Artikel 8 Grundgesetz! Ganz ernsthaft! Sind Sie Artikel 8 Grundgesetz? Nein! Sind Sie Artikel 8 Grundgesetz? Die Versammlung ist beendet! Ich brauche keine Versammlung für Artikel 8 Grundgesetz! Polizeiausweis bitte einmal! Natürlich müssen Sie den Ausweis zeigen! Wenn ich als Bürger einen Polizisten frage, ob er sich einmal ausweisen möchte, muss er sich ausweisen! Es tut mir wirklich leid! Sauchen gibt es auch nicht gestattet! Aber das interessiert euch ja nicht! Das ist ein Gewaltmonopol! Naja, das interessiert unser Staat! Nur wenn die Polizei autoritär auftritt, kann das System funktionieren, und man stellt wieder Recht und Ordnung her! Wer blockiert die Straße? Wer hindert die Menschen? Aber was reden denn? Bitte? Was reden denn? Ja, das Frage führt auch, warum ihr hier seid! Das sage ich nicht! Die Straße wird blockiert, Steuergelder werden verspendet, für ein soziales Projekt! Die Stadt Hamburg gehört den Bürgern, oder? Ja, danke! Ja, und das Gebäude gehört... Ja, aber die Saga möchte das nicht! Ja, aber die macht damit nicht! Das Staatseigentum Saga möchte es nicht! Das macht sie nicht! Also ich habe auch zuhause in Schuppen stehen, und mache damit nicht! Und trotzdem darfst du da keinen anderen Staat... Es geht doch nicht um zuhause, es geht aber darum, die Saga GWG ist mehrheitlich im Besitz von der Stadt Hamburg! Und dann kam die Saga zwischen der der Stadt Hamburg. Und dann kam das noch in der Stadt Hamburg! Und dann kam sie zu heimschieren! Und dann kam er an! Und dann kam von der Stadt Hamburg! Nur was? Horror, die Stadt, das ist ja nicht so! Das alles hab ich doch fast! Jetzt haben wir gesagt! Ich bin eine Einzelpassung... Wie sieht das hier? Einfach mal! Ich kann euch sagen, es ist ausgleichen! Oh Gott! Ich kann das mal ausgleichen! Schick sie vor, schick sie vor! Hey! Hallo! Nicht schlafen oder so mal! Ich möchte ihn direkt noch! Hallo! Haben Sie jetzt nicht mehr! Auf welchen rechtlichen Rahmenbedingungen passiert das überhaupt? Warum passiert das hier? Hallo! Immer noch nicht schubsen! Warum schubsen Sie mich? Immer noch nicht anfassen! Auf welcher rechtlichen Grundlage denn? Hände runter! Auf welcher rechtlichen Grundlage? Warum passiert das jetzt gerade? Das ist das Privatsgelände! Das ist doch nicht gegenloch! Das ist doch nicht gegenloch! Dankeschön! Sag mal, was geht mit dem Kopf vor! Und was ist hier richtig? Warum sollen wir hier weggehen? Warum dürfen wir hier nichts sagen? Die Polizeikette vor! Hallo! Privatgrundstück hier! Habt ihr schon mal Rücksprache gehalten mit dem Eigentümer? Hallo! Rücksprache mit dem Eigentümer! Hallo! Rücksprache mit dem Eigentümer! Das ist immer noch Privatgrundstück! Nein! Was soll ich da? Sag mal, Sie sind doch nicht dazu da, um die Bevölkerung durch die Gegend zu schützen, sondern zu beschützen! Hallo! Das ist immer noch Privatgrundstück hier! Habt ihr einen Räumungsbefehl vom Eigentümer? Hallo! Hallo! So, eine Erläutendurchsage an die Person auf dem Fußweg! Genau! Gehen Sie weiter in Richtung Hamburger Innenstadt! Ansonsten wird die Polizei Zwangsmittel gegen Sie einsetzen! Die Polizei geleitet Sie weiter in Richtung Innenstadt! Sagen Sie eine gründung? Das gefällt uns zu viele, wie wir auch auf Markt hier gearbeitet! Und das bei der Hamburger Polizei! Hey! 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 Was darf Sie auf den Zugang denn an? Geht ein bisschen verheirrt! Hallo! Stop! Stop! Was soll das scheuen? Ganz ehrlich, was soll der Scheuen? Ja genau, um die Zeug nebenan! Los, los, los! 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 So wie Sie bereits erkannt haben, so geht die Polizei jetzt konsequent gegen Sie vor. Leisten Sie den Anweisern der Polizei Folge und entfernen Sie sich weiter in Richtung Hamburger Innenstadt. Wir haben Grün.